Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 48 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 680 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Die Möblierung